Der Rahmen des E-Lite Hybrid wurde von Grund auf neu entworfen. Das innovative Modular Battery System lässt den kraftvollen Bosch-Akku vollständig im Unterrohr verschwinden. Erreichbar ist er dort über ein Cover, das sich einfach über einen Druckknopf öffnen lässt. Interne Zugführung sorgt für einen cleanen Look und verringert den Wartungsaufwand. Die Agile Rye Geometry ist perfekt auf die 120 mm Federgabel abgestimmt.